Jetzt weiß ich, woher das kommt, jetzt weiß ich. Das ging ins Logel. Wechsel mit Raucherzinnen frisst Postboten. Und ich wusste nicht, wie ich das mahlen soll, ich hatte keine Ahnung. Ich hab's gleich rum auf der Kappe, Bank. Ich weiß nicht mehr, wie man eine Echse mahlt oder Postboten. Wie sieht denn ein Postbote aus? Der hat doch Geld in der Postbote. Der Postbote ist aber niemals so glücklich. Das ist alles so furchtbar. Der ist aber niemals so glücklich. Oh, 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 oh. Aber die Raucherzinnen sind noch da. Ein brauner Zahra. Das ist meine Post. Will du ficken? What? Will du ficken? Oh, that means do you want to have a cup of coffee? Well, you know, it sounds in German. Do you have international? They seem to know everything. Okay, will du ficken? In German, there's like, willst du ficken? And it means do you want to fuck? Are you kidding me? Oh my god. Oh my god. It's true. It's a bit complicated. Oh god, oh god, oh god. Nice. Nice, fine. Nice. Sehr schön. Oh my god. Oh my god. Ach so. Jawoll. Supergut. Supergut. Oh, oh. I'm so nice. Oh, oh. Oh, oh. Oh, da her kam das. Oh, da her kam das. Oh. Oh god. itorial. Hallo. Und ich dachte vielleicht wenn ich das es falsch geschrieben hat. De Details, Dobie. Ich hab zuerst Chuck Norris geschrieben. Fangs verprügelt kleine Kinder nicht kleid. Mit Pfanne wollte ich schreiben. Ich dachte zuerst ah. Ist das gut? Wie krank so das ist. Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Aua, Aua! Du hast 50 Mal. Oh, schuld. Mit Pfanne, alter wie gut. Warum ist das so ein Gelbmisch? Ach schön. Superman ist langweilig. Ja, langweilig nicht unbedingt, aber Superman hat halt einfach alles, weißt du? Das ist mein Problem mit Superman. Der Superman hat einfach alles. Ist der tollste Mann der Welt. Super, hey. Natürlich gibt's auch noch Super Hund, Super Girl, Super Cousine, Super Onkel und Super Richie. Tobi cosplayed Kirby. Boah, das war so gemein, ne? Boah, Alter. Aber irgendjemand hat den Kirby richtig krass hinbekommen. Ja, Panik. Das ist aber süß. Tobi, das will ich jetzt wirklich sehen. Komisch, das jetzt zu sehen. Ich hab später auch ohne Farbe die ganze Zeit. Kirby mit Partgap und G-Stock. Das ist T eigentlich für Tobi. Ach so. Ah, wie smart. Ja, ich wüsste nicht. Hä? Genau das ist das. Wieso kannst du denn so gut mal an diesem Spiel? Hä, was hast du gemacht, Maria? Das kannst du doch doch nicht erzählen. Das ist doch illegal. Das soll nicht aus dem Kopf raus jetzt, oder wie? Das kriegt nicht immer nicht, wenn ich was sehe. Kirby als Gottheit. Aber warum so gut? Wie kriegt die Frau das so gut hin? Das ist mir ein Rätsel. Das ist mir auch ein Rätsel. Aber du kannst wach leben. Oh no. Ich komm zu mir, kriegst was. Ich hab gehört, bei dir kriegt man nicht so oft was. Oh, Alter, wir haben grad Damage gekriegt von was? Oh, hier ist ein Stein drunter. Boah, den hab ich gar nicht gesehen. Ähm. Ähm. Erik. Ich schwimme. Ich schwimme noch weiter. Ich weiß nicht, was du hast. Kaputzenwurm. Erik. Wie komm ich denn von... Das ist nicht gut, ne? Ich seh nicht. Erik, das ist richtig scheiß. Erik, das hier ist kaputt. Erik, what the fuck? Ich hab den Stein nicht gesehen, da war ne Welle. Da war eine Welle. Komm zu mir, mein... Das schaff ich nicht. Mit Funk. Boah, das kommt von dir, du Arschloch. Oh, das war da. Oh, das war da. Oh, Gott, ich... Oh, Gott. Hab ich schritten? Der hat zwei Kanz. Der hat zwei Kanz. Funk, willst du links oder rechts sein? Suchst dir aus. Ich glaub ich bin recht. Ich glaub ich hab die große Fitte. Ich find den Bauch schön, find ich. Den Bauch find ich schön. Zwei Leute werfen sich einhändig einen Ball zu. Oh, die Hände. Oh, die Hände. Oh, das ist ja noch schwer. Oh, oh. Oh, okay, das ist immer süß. Das ist immer süß. Tobi hat sich das schön gemeint. Ball spielt in der Sonne. Das wird ja voll ausfremdet. Ja, ja, ja. Alter, was für ein fieser Begriff auch. Was ist denn da? Was ist denn da? FKK-Skan ist in Ordnung. Schade, dass das einhändig nicht übernommen wurde. War die Simulator? Ne, jetzt unabhängig. Jetzt unabhängig von den Bronc gerade. Jetzt unabhängig von den Bronc. Unterstützt in den Entwickler. Wenn's euch gefallen hat und ich glaube, das hattet, sonst hättet ihr schon längst weggeschaltet. War's für ein großartiges Spiel. Wie geil es noch wurde. Vom Text-Adventure. Vom Text-Adventure. Vom 2D-Game. Wir alle im Altersheim. Oh, was? Das ist aber schwierig. Was? Das sind ja zu viele zu malen. Oh, wie gut. Oh. Oh mein Gott. Mega cool. Deswegen hast du Maria nach der Haarfarbe gefragt. Moment mal. Schwarz-Rises-Family-Info-to-fun. P? Oh mein Gott. Äh. Okay. Oh. Ja, geil. Wer ist nochmal Herr Skinner? Gt. 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 Ich guck ein bisschen über rein. Gt. 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 können sie jetzt mitnehmen ja ich gebe ihnen da gleich einen durchschlag das füllen sie bitte mit der schreibmaschine aus nicht mit dem drucker weil die schreibmaschine hat genug durchschlagskraft ja für den für den durchschlag hinten und dann den können sie behalten jetzt für ihre unterlagen und sie nehmen dann bitte das original und geben das der frau schmidt mit dann kriegen sie einen termin ja sie kriegen einen neuen termin und dann kommen sie bitte noch mal wieder und dann können wir sehen dass wir das alles für sie natürlich bearbeiten ja vielen dank und wenn was ist wir melden uns per fax bei ihnen kein problem ich dachte das ist 2011 2011 wegen diesem bart hat sie mit diesem bart gehabt die zeit leider nicht mehr gereicht aus angela merkel wurde krank das aber eskaliert auf das reihe hinführen sollte ach das sind die hände alles klar kann ich ja wieder machen ja ey einfach mal ein foto von youtube gemacht das war ja echt krass erik endlich wieder in den trend ach funk das macht das so lieb ich hab's glaube ich erkannt oh schön schön als hätte ich heute geburtstag oh schön ja ich war mal ganz ganz dringend das ist das klo alter iiii 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 äh äh horrorspiel richtiges horrorspiel das ist äh ja das war alles ja ja das ist ja Maria in jeans Maria und sag mal mir oh ich konnte heu oh oh wo was SS da kommt die Inspiration von SSG ich hab keine Ahnung was heißt was 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 das hab ich gekauft ich hab man will kleines Kind verschweißen am Feuer was was das macht sie grad ready das macht sich vorher grad ready was ist der mit dir 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 Tobi 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 was hat er gemacht das das Kind brennt sind das die Rippen beim Kind sind das die Rippen nein nicht wirklich nicht wirklich so ich habe früher mal ja da werde jetzt lachen aber ich habe früher mal ja und tatsächlich richtig ist aber schon ein bisschen her man sieht inzwischen nicht mehr ganz so und so richtig schön mit sixpack und allem drum und dran ist aber lange her ist kein witz ist wirklich passiert ist allerdings schon ja ohne foto did not happen ihr müsst es mir nicht glauben ganz ehrlich ich muss euch das nicht beweisen aber es ist passiert 1880 das war 1730 weißt du was ihr könnt mich auch mal am arsch lecken wollen wir mal sagen ihr könnt mich auch mal am arsch lecken so das muss ich jetzt auch mal sagen und ja das war vor paren das war auch lange das ist doch einfach normal guck mal hier was das ist ein rewe war wegen lange türe was soll ich denn da mal den fünf der wüste das wird sich an die band name hier ist das rewe ausverbot Alter, wie gut, wie gut, Alter. J.R.S. es darf sein Kreuz nicht zum Resultat. Der Jesus, der Jesus. Der Jesus. Oh mein Gott. Das ist genau die obere Zeichnung, das ist genau die obere Zeichnung. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Der Jesus hat Rewe, Verbot. Versperrt ihr mal ein. Ich weiß, Arrow wird hier gerade gezeigt, aber ich finde einfach, Arrow ist der schwächste Avenger. So, er hat doch die Lachen mal nicht die Superkraft, ne? Er kann Bogen schießen, weißt du, so. Ja, genau. So, Arrow, wer ist der coolste? Aber der wäre doch sofort, so, bei der Schelle wäre der sofort weg, der Arrow. Ja. Was ist das coolste von dem Team? Oh je. Hotdog Essen. Ey, Daniel. Tobi, du machst das mit gespannt. Das wäre das geilste. Das ist einfach Hotdog Essen. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich finde doch, wie es genießt. Der hat die Augen geschlossen. Das sind sehr leckere. Pan isst einen ganzen Hotdog. Das soll ich Pan mit dem Stoppeln? Das sind Stoppeln. Ich hab leider Hotdog. Ich hab nicht verlesen bei Hotdog. Ich hab Donut gelesen. Ich weiß nicht warum. Warum ist die Pan mit dem letzten Drachen? Du bist so klein. Ist die Reiser oder ist das Teufelschöne? Du bist so klein. Ich habe die switch im wohnzimmer angeschlossen am fernseher Das habe ich schon mal gemacht also es kann passieren dass ich das mache aber leider kann ich da oben nicht stream Schade Hat sich erst so angehört als hätte Gronkh das erste mal seinen körper entdeckt Ich bin 40 jahre ja und ich entdecke meinen körper immer noch neu Klug scheißer brauche keiner klug scheißer brauche keiner leute wir haben bitte korrigiert mich jetzt nicht Ein 80er aerobic video wäre nice Entschuldigung Ich weiß es immer noch nicht Wow Wow Das ist so gut Kripti passt der Funch will auch mal zu mir Ich wusste nicht weil das ist Er ist doch nicht geplant Ja aber ein bissl halt Aber ihr traut blauen schluck wie Kümel bist du blond Nein Kümel welche Hafer aber hast du Äh ich hab blauen Ja du das ist ja Oh Wie soll ich das denn erkennen Das hätte ich nicht Ich wollte nur ne pasta da oben hin machen Und da ist doch auch kein Mond Da ist kein Mond Tobi Das hätte ich niemals erkennen können SpaceX gemeintes Raumschiff Projekte Ja du hast du doch erkannt Ist doch wohl Nice Das ist aber nice Elon Musk startet eine SpaceX-Lakete Äh schön Schön parfait Leute Schade Chao 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 Chao